Simba? Simba? Simba! Papa! Alles, alles in Ordnung, Nala. Es geht mir gut. Kannst du rausklettern? Ich, ich, ich glaube nicht. Es gibt nirgendwo einen Halt. Und ich bin viel zu tief unten, um rauszuspringen. Kion, hierher! Mama, Mama! Alles gut mit Papa? Ich denke schon, aber er sitzt fest. Keine Sorge, Majestät! Garde der Löwen auf zur Rettung! Banga, warte! Sukusama! Kumpel! Banga? Das war lustig! Ich grüße dich auch, Banga. Oh, was ist mit deiner Mähne? Banga, was hast du dir dabei gedacht, hier runter zu springen? Was ich gedacht hab? Ich hab gedacht, ich will dich retten. Und wie, genau? Äh, Räuberleiter? Banga, Papa, alles klar da unten? Banga geht's gut. Mein Kopf diente ihm als Polster. Wie ist das passiert, Papa? Wie bist du da runtergekommen? Es ist ein Einsturztrichter entstanden und ich fiel rein. Einsturztrichter kommen nach einem schweren Gewitter ziemlich häufig vor, Hoheit. Was du nicht sagst. Keine Sorge, Papa. Wir finden einen Weg, um euch beide da rauszuholen. Das kann nicht so schwer sein, so leicht, wie ich hier runtergekommen bin. Echt jetzt? Meine Reminfteilung.